Also passt mal auf, Freunde. Neues vor Gericht. Neue Gerichtsex. Ich habe heute mit ein paar Journalisten gesprochen, Freunde von mir, die, also Kollegen kann man sagen aus der Branche, die da vor Gericht waren heute. Der Kollege Sebastian war vor Gericht, ich habe mit dem telefoniert und das ist das, was er für heute aufgeschrieben hat. Aber ich habe natürlich mit ihm auch gequatscht und auch ein paar, ja, einen Blick bekommen. Ich will nur vorweg sagen, der Journalist Sebastian hat mir natürlich auch ein paar Sachen gesagt, die hier nicht drin stehen, einfach weil das jetzt nicht so von großer Interesse ist für die Öffentlichkeit. Zum Beispiel hat er, also ich lese mal und dann reden wir über die Sachen. Also nach fast acht Monaten ist die Befragung von Rapper, ehemaligen Rapper Maschido im Prozess gegen Arafat beendet worden. Denn es bleibt die Frage, wie glaubwürdig er als Zeuge ist. Als nächstes soll Berlins Marlon Brando aussagen. Das ist auch krass, dass der Journalist sich ja auskennt mit den Songnamen. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Bevor ich weiterlese, ich will nur sagen, das aller, aller, aller Wichtigste ist die Glaubwürdigkeit von Bushido als Zeugen. Und die ist ja in den letzten 28 Prozesttagen oder 29 Prozesttagen ist ja, ich habe es ja hier vorgelesen, ihr habt es ja auch selbst mitbekommen, ob ich ihn jetzt mag oder nicht. Für mich ist er ein Lügner, ihr wisst, was ich von ihm denke, ist klar. Aber ihr habt es ja auch selber nachlesen können und auch, ich habe es euch ja vorgelesen. Seine Glaubwürdigkeit ist wirklich, wirklich, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen, level, vom Level her. So, am Montagmittag ist es tatsächlich soweit. Der vorsitzende Richter entlässt Bushido aus dem Zeugenstand. Ich bin sehr gerührt, sagt der Rapper. Es ist der 30. Tag im Prozess gegen vier Brüder aus dem Abu Chakar-Clan am Berliner Landgericht. Bushido ist Nebenkläger und wichtigster Zeuge. An 25 Prozesttagen hat er ausgesagt. Schon im Februar hatte der Richter etwas schief gesagt. Ich glaube, sie sind der längste Zeuge, der jemals in einer Hauptverhandlung ausgesagt hat. Aber vor allem die Anwälte der Abu Chakar hatten auch in den Wochen danach nicht locker gelassen. Selbst am Montag stellten sie noch Fragen. Dem Hauptangeklagten Arafat wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinen Brüdern versucht zu haben, Bushido zu erpressen und ihn eingesperrt bedroht und verletzt zu haben. Er soll nicht akzeptiert haben, dass Bushido Ende 2017 geschäftlich eigene Wege gehen wollte. Das kennt ihr, das wird natürlich immer zusammengefasst für alle, die neu einsteigen. Bushidos Problem in diesem Prozess ist, dass er jahrelang das gefährliche Image seines Managers Arafat nutzte, um sich gegen andere Rapper durchzusetzen. Heute stellt es Bushido so dar, als sei auch er vor allem ein Opfer gewesen. Ich habe nie Menschen mit Arafat gedroht, sagte er an einem der vergangenen Prozesttage. Im Internet verbreiten die vielen Feinde, die Bushido hat, daraufhin ein Foto, das er 2017 zum Beispiel auf Instagram gepostet hatte. Neben ihm steht Arafat. Dazu schrieb Bushido auf seinem Instagram, also in dem Post, an den Hund, der in den Interviews bellt, aber heute hast du Berlin-Verbot. Verbreitet wurde außerdem noch ein alter Interview-Ausschnitt, in dem Bushido über einen anderen Rapper sagte, Zitat, ich hoffe, ich treffe dich mal, wenn ich mit ein paar Leuten unterwegs bin. Ich würde ihn auf jeden Fall, ich will das nicht vorlesen wegen Twitch, wir haben es schon mal wegen sowas in Ben gekriegt, also ich würde ihn auf jeden Fall T.O.T. schlagen. Versuch es mal selber zu lesen, ja. Hier steht es, kriegen wir ja immer Ärger hier vom Dings. Weil die man nicht, der Scheiß-Algorithmus nicht unterscheiden kann zwischen ich sage es, ich meine es oder ich lese es aus dem Bericht hier. Egal. Also, ne, wieder mal die Glaubwürdigkeit ad absurdum gezogen. Auf Lunge gezogen. Das ist eins der vielen Male, wo er mit Arafat gedroht hat und er behauptete in den vergangenen Prozesttagen, dass er das noch nie gemacht hätte. Anstatt kluger Weise zu sagen, ja, vielleicht einmal oder so. Oder zweimal. Wenn Bushido solche Aussagen in dem Prozess vorgehalten werden, entgegnet er oft, dass er nur seine Kunstfigur gesprochen habe. Einer der Anwälte der Abu Chagas fragte den Rapper am Montag, ob es irgendwelche abstrakten Kriterien gäbe, anhand derer man in Interviews erkennen könne, ob er die Wahrheit sage oder ob seine Kunstfigur spreche. Das ist mal so, mal so, sagt Bushido. Woran kann man eigentlich erkennen, ob du lügst oder nicht? Ja, mal so, mal so. Aber die Wahrheit sage, wenn er in Interviews zum Beispiel über seine Kindheit spreche. Bushido hat mit meiner Kindheit nichts zu tun, antwortet Fasnitchi, wie Bushido bürgerlich heißt. Vor Gericht versucht er aber selbstverständlich immer, die Wahrheit zu sagen. Das ist auch sehr interessant. Vor Gericht versuche er. Ja, okay. Haben wir ja mitbekommen. So oft hat das nicht geklappt. So. Jetzt kommt ein sehr interessanter Part. Habe ich noch nicht gelesen. Das müsste jetzt eigentlich auch der nächste Zeuge in dem Prozess machen. Für Mittwoch ist Aschraf Rambo geladen. Berlins Marlon Brando, wie er in einem Lied des Rappers Massiv mal genannt wurde. Rambo wurde nicht nur als Manager von Massiv bekannt, er ist auch Mitglied einer berüchtigten Berliner Clans. Bei ihm sucht Fasnitchi Ölschutz, nachdem er sich von den Abou-Chakas getrennt hatte. Seine Frau, Anna-Maria Fasnitchi, sagte im September 2018 in einem Stern-Interview, wenn Aschraf nicht wäre, wäre uns schon längst etwas passiert. Wenige Monate vorher hatte es bei Rambo eine Hausdurchsuchung gegeben, nachdem in einer Nacht auf das Café von Arafat geschossen worden war. Rambo hatte danach Abou-Chakas für die Hausdurchsuchung verantwortlich gemacht und öffentlich an ihm auf Instagram geschrieben. Denkst du, wenn ich vorhabe, auf dich zu schießen oder schießen zu lassen, dann um drei Uhr nachts, wenn niemand im Laden sitzt? Aber der Polizei verweigerte Rambo eine Aussage zu den Vorwürfen gegen Arafat, um die es in den Bushido-Prozess geht. Angesichts einer laufenden Verfahren gegen ihn, das mit dem Konflikt in Zusammenhang stehe. Nicht nur wegen seiner Nähe zu Aschraf wird Fasnitchi vorgeworfen, dass er sich zwar von den Abou-Chakas, aber nicht grundsätzlich von kriminellen Clans distanziert habe. Im vergangenen Sommer trat Fasnitchi, oder seine Kunstfigur, das weiß man immer nicht bei ihm, in einem Musikvideo auf, in dem auch das in Nordrhein-Westfalen bekannte Clan-Mitglied Salasado zu sehen ist. Ihr erinnert euch, das wird das Video sein mit Spongebus. Er ist da im Video. Und erst vergangene Woche veröffentlichte Bushido auf seinem YouTube-Kanal ein Lied des Rappers Saad. Also ist ja erst vor zwei, drei Tagen her. In dem Video steht Saad vor dutzenden bedrohlich reinschauenden Männern, darunter Clan-Mitglieder. Saad rappt. Sie testen uns doch, wenn wir kommen, sagen sie dann, Rap ist Kunst. Problem ist, ich bin keine Kunstfigur. Aber wer soll da jetzt noch durchblicken? schreibt Sebastian Eder, Journalist hier bei FAZ. Wow, kommt einiges zusammen. Also ich lese kurz, was ihr sagt, bevor ich nochmal zu Watson rübergehe. Also das weiß ich nicht. Ich kann, ob Aschraf, ob die mit Al-Rafat und so sich gut verstehen, dies, das weiß ich alles nicht so genau. Ich weiß nur, dass Aschraf auf jeden Fall super lange, super lange kenne ich den aus dem Game so. Boah, ich habe den, das ist einer der ersten, die ich überhaupt kennengelernt habe aus dem Game. Und super lange befreundet ist mit Massiv, mit ihm zusammenarbeitet. Man muss sagen, solche Probleme wie im Hause, er ist guter Junge, gab es mit Aschraf nie. Muss man auch dazu sagen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen, ich will auch die anderen nicht diskreditieren, aber es ist ja nicht, also sich einmal alles in einem Topf schmeißen. Du willst halt solche Geschichten über ihn nicht hören, wie über irgendwelche Anrufe, Drohanrufe und so weiter, das gibt es bei dem nicht. Das ist alles Quatsch. Also wie gesagt, das darf man nicht in einem Topf werfen. Muss man natürlich sagen, er hat natürlich einen sehr bekannten Namen, Nachnamen, das natürlich Spiegel-TV mäßig immer wieder benutzt wird. Daher nutzen die das hier gerne und daher heißt es hier auch bei der FAZ natürlich direkt, ey Großfamilie, Clan, dies, das. Wenn man sagen muss, er ist schon super lange im Musikgame. Also der ist nicht seit gestern drin, weil er gesehen hat, wo ist eine, ich habe auch hier so, weißt du, sein Rundeblick hier, ne. Ich bin gerührt. Ja gut, er ist keine Kunstfigur. Seine Witzfigur. Ich bin gespannt, also die sagen jetzt demnächst wird Aschraf ins Gericht gebeten als Zeuge. Ich habe woanders noch gelesen, das kommt hier noch, glaube ich, wo war das da, hier. Bei RTL schreiben die bald im Zeugenstand Bushidos Ehefrau Anna-Maria. Der Prozess gegen Abou-Chaka bleibt auch ohne Bushido im Gerichtsspan am Mittwoch folgen noch weitere Zeugen. Anna-Maria, neben ihr soll auch noch Caro W., die Sekretärin aus dem Abou-Chaka-Büro reden und Aschraf, wie wir schon gesehen haben. Das Ding ist, ja, also Anna-Maria ist für mich keine glaubwürdige Zeugin in dem Fall, weil sie natürlich verwandt ist, verschwägert ist. Wie sagt man, verwandt, verschwägert, verbrüdert. Es ist natürlich, was soll sie jetzt da gegen ihren Mann aussagen, das ist ja auch unfair, ist ja auch klar. Von daher ist es für mich jetzt keine glaubwürdige Zeugin. Vielleicht kann sie einen Blick nochmal bringen in andere Themen, aber die wird natürlich auf der Seite ihres Mannes sprechen, ist ja auch selbstverständlich, deswegen weiß ich nicht. Naja, lesen wir nochmal Watson Arby. Bushido aus Zeugenstand entlassen, ich bin gerührt, das meine ich ernst. Gerührt. Auch das falsche Wort eigentlich, einfach sozusagen, ja, ja, ich bin befreit. So, Oliver Marquardt wieder hier, war wieder vor Gericht, vor Ort, interessant, lesen wir mal. Ich bin sehr gerührt, sagt Bushido zum Richter. Der grinst über das ganze Gesicht. Ich meine das ernst. Das ist ein sehr schöner Moment, beteuerte Zeuge. Was war geschehen? Nun, nach mittlerweile 30 Verhandlungstagen im Prozess gegen Arafat und drei seiner Brüder vor dem Landgericht Berlin, wurde Bushido am Montag endlich aus dem Zeugenstand entlassen. Nicht nur selbst atmete er da erleichtert auf, hatte sich seine Aussage in den vergangenen Sitzungen noch immer öfter wiederholt und in Schilderungen von vermeintlich unwichtigen Details verloren. Natürlich ist das aus juristischer Sicht alles hochrelevant. Für den Beobachter dagegen erschließt sich des Öfteren nicht wirklich Sinn dahinter. Was soll ich denn sagen? Auch Bushido kommt das Ende seiner Zeugenaussage wohl gelegen. Am vergangenen Verhandlungstag hatte er noch davon gesprochen, wie sehr das Verfahren an seine Kräfte nagel. Er berichtete von Panikattacken und Angstzuständen, von denen man auf Twitter jetzt nichts sehen konnte, denen er sich als Folge der psychischen Belastung vor Gericht ausgesetzt sähe. Hm, okay. Darum geht es im Prozess hier. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Für die, die das nicht wissen können, jetzt auf YouTube Stop drücken und gucken. Wann sagt Bushido die Wahrheit und wann lügt er? Das ist ein sehr wichtiges Thema hier. Bevor es soweit war, musste sich Bushido jedoch ein letztes Mal in den Zeugenstand begeben und sich der Frage der Anwälte, der Angestellten, ja, des Angeklagten, Stellen, des Angeklagten stellen. Der Verteidiger Hubert stellte eine Frage, die für den Ausgang des Verfahrens sehr entscheidend sein dürfte. Es ging darum, wann Bushido die Wahrheit sagt und wann nicht. Tatsächlich hängt von Bushidos Verhältnis zur Wahrheit sehr viel ab. Schließlich ist er der einzige Augenzeuge des Geschehens, um das es in der Anklageschrift gehe. Im Laufe seiner Aussage muss er der Rapper jedoch, der ehemalige Rapper jedoch immer wieder einräumen, in zahlreichen Interviews, Videoansagen sowie seiner eigenen Biografie gelogen zu haben. Nochmal schöne Grüße an seine Fans, die mir immer schreiben, ich soll aufhören, das zu sagen. Also vielleicht lest ihr das und wisst vielleicht selber, dass er das selber sagt. Also ich sage das nicht, ich lese nur, was er selber sagt. Also, die Frage ist natürlich, wie glaubwürdig die Aussage von so jemandem, der behauptet, alles sei gelogen vorher, vor Gericht ist. Schöne Grüße an Staatsanwältin Petra Leister, wir hätten sich auch vorher überlegen können. Okay, weiter geht's. Der Anwalt zitiert dazu eine Äußerung von Bushido, der in einer vorhergegangenen Verhandlung gesagt hatte, es sei Teil seines künstlerischen Auftritts, dass man bei Interviews von ihm nicht wisse, was stimme und was nicht. Das wäre Kunst. Vor Gericht und bei Behörden sage er aber immer die Wahrheit. Ich versuche es, sagt Bushido dazu nun bestätigend. Gelingt es Ihnen, fragt Robert, wisst dich nach. Der Anwalt. Anstatt in Brustton voller Überzeugung mit Ja zu antworten, gab Bushido eine etwas längere umständliche Antwort, die auf einen Ich-denke-schon hinaus lief. Das ist so funny. Also ey, sagst du immer die Wahrheit? Ja. Oder sagst du immer die Wahrheit? Dings. Ja, also man muss schon sagen, Dings. Ja, ich denke schon, dass ich hier ab und zu auch mal die Wahrheit sage. Abi, Abi. Anis Abi, ich will dich doch nur bei Twitter stolz machen. Ey, so funny, ne? Nachdem der Farid gepostet hat, ey, wer mir eine geile Mockline bringt, die bringe ich eventuell auf ein Album. Zwei Tage später auf Twitter. Ey, geile Twitter-Bubble, ich bringe vielleicht was ins Booklet rein. Lan, lan, hör mir auf, Dicker. Ey, das ist so schlecht. Oh mein Gott. Ey, das tut mir auch leid für Leute, die da jetzt mit hineinzieht, Alter. So, ey. Der hat selber in die Scheiß reingezogen. Er und Arafat stehen vor Gericht. Jetzt ziehen die noch so Leute mit rein. Aber ja. Egal, ob es dann irgendwelche Kriterien gäbe, anhand derer man als neutraler Beobachter die Kunstfigur Bushido vom Menschen trennen könne. Ob man also feststellen könne, wer von den beiden Charakteren denn nun jetzt die jeweilige Aussage getroffen hat. Und ob sie somit war oder gelogen sein müsse. Nein. Das gäbe es nicht. So der ehemalige Gangster-Rapper. Ganz offenherzig. Das gäbe es nicht. Mal so, mal so. Das hängt von seinem Tageslaune und vom Thema ab. Also so redet nur ein Lügner. Interviews meist nicht freigegeben. Okay. Der ist der Titel. Robert ändert nun den Fokus und fragt ihn nach Bushidos Geflogenheiten bei der Freigabe von Interviews. Ob er sich die nochmal vorlegen lasse. Nur in den seltensten Fällen, erwidert Bushido. Es sei zwar üblich, aber er sehe das so. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Nur in Ausnahmefällen sei Interviews von ihm oder sein Rechtsbeistand abgesegnet worden. Nur in Ausnahmefällen sei Interviews von ihm oder abgesegnet worden. Ach so, nochmal, dass die da nochmal drüber geguckt haben. Okay, ich verstehe. Der Anwalt hatte ein ganz bestimmtes Interview im Sinn, das Bushido und seine Frau im September 2018 dem Stern gegeben hatten. Dort hatten sie erstmal öffentlich über die Trennung von Bushido langjährigen Freunden und Geschäftspartnern gesprochen und ihre Sicht der Dinge dargelegt. Er könne sich nicht erinnern, ob er das freigegeben habe, erklärt Bushido. Also, ich denke, der Anwalt will jetzt auf die Inhalte da hinaus, will aber vorher checken. War das gelogen? Nein? Okay, pass auf, da hast du so und so erzählt. Naja. Interessant ist diese natürlich deshalb, wenn in einem Artikel erstmals das Narrativ erzählt wird, das dem Rapper als roten Faden seiner Aussage dient. Wie gut kennen sich Bushido und die Staatsanwältin? Oh mein Gott, Watson haut hier einen raus. Es hätte von mir sein können, aber es ist einig, Watson. Geil. Wie gut kennen sich Bushido und die Staatsanwältin? Schließlich stellt der Verteidiger einige Fragen, die sich mit Bushidos Verhältnis zu Staatsanwältin Petra Leister befassen. Befassten, also vergangene Form, war ja heute Nachmittag. Schön, schon öfter während des Prozesses hat er die Verteidigung angedeutet, dass die Chemie zwischen den beiden ungewöhnlich gut sei. Sie legen dem Zeugen die Antworten und auf unangenehme Fragen in den Mund hatte sich der Rechtsanwalt Nöding einmal in einer Stellungnahme beschwert. Ja ne, dass ihr das versteht, die Staatsanwältin muss gucken, die muss nach rechts schauen. Sie ist nicht auf der Seite, sie ist nicht die Anwältin von Bushido. Bushido hat einen Anwalt, Arafat hat einen Anwalt, die Staatsanwältin ist nochmal im staatlichen Interesse, gesellschaftlicher Art, nochmal da, um zu gucken, okay, hier wird recht gesprochen, weil es gibt natürlich ein öffentliches Interesse, wollte ich sagen, nicht gesellschaftlich. Sie ist aber unangenehm sehr auf der Seite von Busnitsch und legt ihm sogar Antworten in den Mund, das haben wir ja in ein paar Folgen gehabt, da wird der Rechtsanwalt Nöding nochmal nachgefragt und sich darüber beschwert. Jetzt geht es weiter. Hört man sich auf den Fluren des Gerichts vor heute um, bestätigen dort einige, dass Bushido und Leisner tatsächlich befreundet seien, sich auch duzen. Oh, das ist nicht professionell, Frau Leisner. Man muss dazu sagen, Oberstaatsanwältin Leisner, nicht eine normale, die ist da, ist abgegesnitcht, würde man sagen. Okay, wäre das wirklich so, wäre ein klarer Bruch mit den Verfahrensregeln. Das ist nämlich kein Spaß, Freunde. Das ist hier kein Spaß. Hör mal, Petra, Hör mal, äh, Ding. Das geht nicht. Hubert ging konkret auf die Treffen von Bushido mit der Staatsanwältin ein. Eins soll vor kurz, vor Weihnachten 2018 stattgefunden haben. Laut Kenntnisstand der Verteidiger soll es an einem Samstag, also außerhalb der üblichen Arbeits- und Dienstzeiten gewesen sein. Das allerdings verneinte Bushido. Bushido, es ging ein wenig hin und her. Schlussendlich konnte die Frage, wann genau es nun stattgefunden habe, nicht abschließend geklärt werden. Also in seiner Freizeit trifft er sich, also ich lese das mal weiter, dann werde ich darauf kommen, meiner Vermutung nach, ist ja klar, er wird einen Deal gemacht haben. Ich verrate euch, wen ihr wollt, ich werde noch Schuld auf den und den machen, nur, äh, lasst mich freiheitsmäßig halt nicht in den Knast kommen, ich gebe auch noch ein bisschen Geld, deswegen hat er die Scheiße mit iGroup schnell abgedingst und ich will halt die Versicherungsbetrug Moves, hier Dachgeschoss abbrennen, selber gemacht, äh, wegsmoven. Um es mal auf Straßendeutsch zu sagen. Kuhhandel auch genannt. Ja, da hat sich safe um den Finger gewickelt, guck mal. Es ist doch klar, er hat Kinder, er hat eine Frau, die ist die Schwester von Sarah Connor, Mann, wie sieht das aus? Er ist das und da hast du Aboujanka, Araber, Clan, da, da, das, 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 Ah, sieht nicht gut aus. Verkaufsmäßig gesehen und ihr wisst, der kann sehr ruhig und nüchtern reden, aber auf was ist er der aufbrausende Typ. Naja, hat sie sich um den Finger wickeln lassen, muss man sagen, um noch einmal die Karriere mit ich habe, ich bin Falcone. Sie denken, sie ist Falcone, der Mafiajäger Falcone. Mal einmal ganz kurz, sorry, dass ich das jetzt hier so unterbreche. Ist das Falcone, war das Falcone oder ist das Falcone Batman? Mann, ich bring das immer durch. Giovanni Falcone, ich glaube, bei Batman haben die Giovanni Falcone der Arme. Ich erinnere mich sogar noch an sein Gesicht. Ich habe damals eine riesenlange Doku über ihn gesehen. Er konnte mit seiner Frau nicht mal mehr, er konnte seine Kinder nicht mehr besuchen. Die Frau musste woanders immer schlafen als er und, weil er natürlich übertrieben gejagt worden ist. Er war Oberstaatsanwalt, glaube ich, lass ich das mal einmal prüfen. Ja, ist ein italienischer Jurist und Aktivist gegen die Cosa Nostra. Es gilt als Symbolfigur des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität und zum Tod müsste hier auch stehen ein Attentat. 23. Mai, krass, einen Tag nach meinem Geburtstag. Falcone zusammen mit seiner Ehefrau, Richterin, die ist Richterin am Jugendgericht und drei Leibfächer durch eine Bombe getötet worden. Und so wie ich mich erinnere, war das keine Bombe, die so ein bisschen die im Auto rumgebracht hat, sondern es hat ein Loch im Boden gemacht, wie so im Kriegsfeld. Das war natürlich ein Statement sozusagen. So, das ist schon crazy, Alter. Giovanni Falcone. Und ja, wie Peter Reiser denkt, sie ist Giovanni Falcone. Dabei kann jeder Shisha-Kaffeebesitzer in Berlin mehr über Arafat auspacken und sich und vor allem ist ein besserer Zeuge als Busnitsch, der selber ohne Ende Scheiße am Stecken hat, nur lügt. Lan, Petra, ist nicht gut, ja, ist nicht gut. Der ein oder andere Schein ist vielleicht an der Uni abgesnitscht. Aber okay, ich war auch an der Uni, man hat sich die einen oder anderen Schein halt auf Barbara. Ey, ey, der war gut. Asimus, Asimus Maximus, danke. Petra ist auf einem Barbara-Salesch-Level. Ich, schwör's dir, anders kann ich mir nicht vorstellen. Wie kannst du diesen Zeugen 50 Stunden interviewt haben vorher, es gab ja vorher Gespräche und in der Zeitung hieß es, die haben 50 oder 70 Stunden, 82 Stunden oder sowas, hatten wir doch mal so, im Stern stand 85, 82, 82 Stunden interviewt, befragt, befragt und nicht auf die Idee kommen, ey, lügt mich an. Ich schwör's dir, Alter, ich schwör's dir, Lan, es ist Giovanni Falcone aber auch wusch bestellt. Also nochmal, laut Kenntnisstand konnte man, man konnte jetzt nicht abschließend klären, ob tatsächlich die, äh, Petra Salisch sich da mit ihm privat getroffen hat zu einer ganz komischen Samstagnachmittagszeit zu denen nach Hause vielleicht auch die ein oder andere Autogramm von Sarah Connor mitgenommen. Weiß man alles nicht. Konnte nicht nachverfolgt werden. Ja, sie ist halt auch, Don Oktan schreibt das und das ist die Wahrheit. Die Leute denken, wenn ich auf Busnitsch gehe, bin ich für Arafat oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Sache ist, du kannst aber nur nicht auf Krampf, auf Krampf, auf Krampf versuchen, den reinzukriegen. Ey, Alter, krieg den doch rein, wenn du willst, aber hol dir doch bessere Zeugen, Darum geht's doch, um es mal jetzt hier auf Straßendeutsch. Jetzt gehen wir wieder in Studenten, äh, Dings, Talk. Jura-Studenten-Talk. Abschiebung von Waisel. Äh, K, weiter ein Thema. Richter, sie haben seine Nummer. Ja, das ist, das ist jetzt krass. Ihr wisst ja, Waisel wurde abgestorben. Dabei sollte er eigentlich für Gericht noch mal aussagen, weil er war einer der wenigen Menschen, die die Sache an dem Abend 2018 mitbekommen haben. Der war ja da. Zumindest zum Teil. So hieß es auf jeden Fall. Naja, schauen wir uns das mal an. Er ist ein made man. Die Petra, die denkt, Arafat ist ein made man. Sie ist hinter ihm her. Dicker, Alter. Dicker. Heftiger. Heftiger. Oh mein Gott. Abschiebung von Waisel. Okay, nachdem der Anwalt Robert mit seinen Fragen durch war, meldete sich dann noch Rechtsanwalt Franke zu Wort. Er verteidigt Arafats Bruder Yasser. Ob Bushido Kontakt zu einem weiteren wichtigen Zeugen gehabt hätte, will er wissen. Es geht um Waisel. Der war laut Bushidos Aussagen bei den angeblichen Vorfällen im Januar 2018 bei den Rappern eingesperrt, beleidigt, bedroht und geschlagen worden sein will. Zumindest teilweise da. Zeitweise da. Entschuldigung. Unglücklicherweise wurde aber Waisel jedoch vor kurzem nach Türkei abgeschoben. Ein Umstand, über den der Richter sehr verärgert sich gezeigt hatte. Eine Erklärung von Staatsanwältin Leister, wie es dazu kommen konnte, dass so ein wichtiger Zeuge einfach außer Landes und damit außerhalb der Reichweite des Gerichts verbracht wird, steht noch aus. Oder ihr guckt euch die Folge Batman mit Bane an. Kennt ihr die Bane Folge? Entschuldigung, das ist die Joker-Folge. Nicht Dark Knight Rises, die mit Joker. Dann fliegt Batman nach Japan, nach Tokio und holt sich den Zeugen wieder. Kennt ihr das? Ey, das ist so geil. Dark Knight, die holen sich den Zeugen wieder. Das ist eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Der entführt diesen japanischen Geschäftsmann zurück nach Gotham City, damit er vor Gericht ziehen kann. Dann das müssen die machen. Ey, dicker, diese Petra, ne? Die ist so ein Film, Alter. Die ist wirklich... Ich sag ehrlich, ne? Ey, wenn Netflix diese Scheiße nicht hier verfilmt, ne? Aber aus der Sicht von Petra. Oh mein Gott. So, wer hat Batmans Nummer? Wir brauchen Bruce Wayne. Wir brauchen Bruce Wayne. Das ist zu Film, Alter. Ey, danke nochmal an Watson und an Oliver Marquardt so schön Mühe gegeben, hier detailliert aufgeschrieben. Die allermeisten Journalisten gehen ja schon gar nicht mehr dahin. Ich höre immer wieder von den Leuten, dass es super boring ist und einfach nur noch eine Farce ist. Bushido erklärt nun, er habe mit Wazel nach dessen Abschiebung einmal telefoniert. Der Kontakt sei aufgrund der Initiative von Wazel zustande gekommen. Dabei sei es doch nicht um das laufende Verfahren gegangen, sondern um die Umstände seiner Ausweisung. Denn Richter jedoch interessierte an dieser Stelle etwas ganz anderes. Er hat sie zuerst angerufen, fragt er ganz aufgeregt. Und als Bushido das bestätigte, hatte der Vorsitzende ein ausgesprochen breites Grinsen im Gesicht. Das heißt, sie haben seine Nummer, erklärt er triumphierend. Abgesnitcht, Bruder, Alter, hey. Bushido ist vom Kopflevel auf Netlock. Er hat mich angerufen, ich kann mit dem gar nichts tun, er hat mich angerufen. Ah, da hast du seine Nummer. Wenn der jetzt sagt, der hat mich unterdrückt angerufen, ne. Oh Leute, das ist heute, heute ist Comedy Gold. Anis, aber ich will, dich nur stolz machen, Anis Abi. Oh mein Gott, Anis Abi, du bist der King. Gleich werden wir noch über die neuen Signings, John und Schuhsolle reden. Denn die beiden, die tun mir am meisten leid. Ich weiß nicht, ob es in einer der Zeitungen entstehen wird, aber vor Gericht hat er auch über die geredet. Das wissen die wahrscheinlich nicht. Und der Bushido will wahrscheinlich nicht, dass ich das hier sage. Aber es kommt, Erkan und Stefan, es kommt so, wie ich es euch gesagt habe, setzt euch nicht zu krass für den ein, obwohl ich natürlich irgendwo auch, irgendwie verstehe ich, die Richterin will hier Karriere machen, aber ich muss schmunzeln, nicht, weil ich ihr das, also, also ich wünsche ja niemandem was Schlechtes, weißt du, ich muss aber schmunzeln, weil ich denke, weil man ja immer denkt, Staatsanwaltschaft, die sind so Brains und die sind schlau und ja, aber die kochen auch noch mit Wasser. Am Ende ist sie ein Mensch mit normalen menschlichen Bedürfnissen wie Karriere machen zum Beispiel. Fame sein, Karriere machen, Falcone werden. Du wirst, werd doch Falcone, ist doch cool, ich geh doch auf den Kriminellen, fühl die dann auf, fühl den Kriminellen auf den Zahn, von mir aus, tu das, do it, do it. Aber mach das doch mit Bedacht, lass uns doch nicht hängen, unser Steuergeld. Unser Steuergeld geht hier drauf, das sie auf Barbara Salisch macht. Nun schaltet sich der Rechtsanwalt Birkhoff ein. Ob Weissel K. ihm auch vom musikalischen Programm seiner Abschiebung erzählt habe, wollte er von Bushido wissen. Dieser bestätigte das. Das ist eine irre Frage, nochmal ganz kurz langsam, ob Weissel ihm vom musikalischen Programm seiner Abschiebung erzählt hätte. Was soll das heißen? Dieser bestätigte das, also Bushido bestätigt, da gab er zum Besten, dass die Beamten es offenbar witzig fanden, im Auto den Song Mephisto von Bushido laufen zu lassen, während sie Weissel zum Flughafen brachten. Aber woher wusste der Birkhoff das? Der Anwalt von Arafat oder von den Abu Dschakas. Das ist interessant. Ey, aber was für Cringe. Was ist denn mit dem Bullen los? Was ist denn mit der Polizei los? Ey, das ist in Berlin, das ist komplett, ey, in Berlin ist komplett, ey, es ist komplett Comedy. Jeder macht irgendwie was anderes. Digga, sind wir in Deutschland? Digga, Was? Der lässt einfach Mephisto laufen. Was ist das denn, Alter? Es ist nicht wahr. Ey, Polizei in Berlin, einfach wilder Westen. Jeder macht, was der will. Die sind so, mal heute Polizei, morgen steigen die aus, versuchen mit Rap. Wenn nicht klappt, so, dann Türsteher. Ah ja, dann wieder zur Polizei zurück. Berliner Polizei ist richtig Hip-Hop, Alter. Eigentlich feiere ich. Aber hätten die nicht den neuen Song von mir spielen können oder so? Einfach so, damit ich Plays kriege? Heftig, ja. Von Skyline zu LKA. Naja, ah, der Arm und Weasley. Ich meine, ich kenne ihn kaum persönlich, aber ey, stell mal vor, du wirst so abgeschoben. Digga, du kommst aus dem Knast, aus dem Dame, der war ja im Koma, die hatten ja so, das war ja so, das war ja kein, das war eine ernsthafte Schießerei gewesen. Ich will mal einen Menschen jetzt ja auch nicht, wünschen so schlecht, ne? Digga, Alter, das wünschst du ja keinem. Dann kommst du aus dem Koma, stehst du auf, die schieben dich ab, du hast sogar keinen, du, hä, krass, Alter, die schieben dich einfach ab und wirst zum Flughafen gefahren und dann verarschen die Beamten dich noch mit Mephisto. Hä? Digga, Alter, das ist gegen die, das ist, Adam, das ist mein Spruch, Mann. Das ist gegen die Genfer, äh, Genfer Konvention, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Ey, Duda, das ist Real Story, lies das doch, ich hab's nicht erfunden, Mann. Was ist das? Also, also, wie soll, ey, wie soll man da noch jemand ernst nehmen? Wie soll man da noch jemand ernst nehmen? Ich kann nicht. so, also, nun entscheidet sich, lese mal vor, Rechtsanwalt Birkhoff, einer Wessel, ihm auch vom musikalischen Programm seine Abschiebung erzählt habe, wollte er von Bushido wissen. Dieser bestätigte das und gab dann zum Besten, dass die Beamten es offenbar witzig fanden, im Auto den Song Mephisto von Bushido laufen zu lassen, während sie Wessel zum Flughafen brachten. Der Song erschien im September 2018 und ist Bushidos musikalische Abrechnung mit seinem ehemaligen Freund und Geschäftspartner. Sie, die kommenden Zeugen haben es in sich. Also, das ist vorbei, jetzt geht's nur noch um das nächste Ding. Mit der Anekdote endete dann schließlich die Befragung Bushidos, anschließend entließ ihn der Richter aus dem Zeugenstand, natürlich auf Widerruf, falls sich durch die Aussagen weitere Zeugen neue Fragen ergeben sollten. Also, der ist jetzt nicht komplett befreit, weil er sich da ausmalt, denn wenn jetzt die nächsten reden, dann muss er wiederkommen. Was weitere Zeugen angeht, liefert das Gericht außerdem schon mal einen Ausblick. Zum nächsten Termin am kommenden Mittwoch wird Arthur Romo geladen, nach dessen Aussagen sind dann die ehemalige Sekretärin Caro sowie Bushidos Ehefrau Anna Maria Soraya Lewe Fesnitschi an der Reihe. Für alle Beteiligten dürfte es eine ziemliche Umstellung bedeuten, dann tatsächlich mal jemand anderen im Saal sprechen zu hören als Bushido. Ja, boah, das wird jetzt echt mal spannend in der nächsten Zeit. Oh Mann, ich denke mal, also, ich denke mal, es ist jetzt einfach eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ach so, ja, wegen Schuhsohle, wegen Erkan Stephan. Stefan, ja, also, Real Talk geht's, ich habe mit einem der Journalisten über den Fall gesprochen, dann sagt er zu mir, witzig war noch, der Richter, nee, der, 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 einer der Anwälte von den, Abu Chakas, ich weiß jetzt nicht welcher und in welchem Zusammenhang, einer der Anwälte hat noch gefragt, sind Jean und Solé, diese beiden Neuen, die auf seinem, auf dem YouTube-Kanal von Bushido releasen, ob die bei ihm gesigned sind, ob die bei ihm unter Vertrag stehen. Was denkt ihr, was er geantwortet hat mit ein bisschen Nuschelei? Sag ich ja ein bisschen Schuhsohle-mäßig, jetzt hat mir ein bisschen Leid für die, aber so geht er mit ihnen um. Er sagte, nein, sind sie nicht. Da habe ich mir gedacht, ey, Alter, diese Armen, Alter, die geben gerade alles. Wir wollen dich stolz machen, Arnis Abi, die kämpfen gegen jeden, Dissen gehen, die sind da nicht im Magistrein. Naja. Ich glaube, also das macht euch da keine Hoffnungen, da wird kein Streit zwischen denen entstehen, wegen dieser Sache, weil ich glaube, Bushido hat die richtig im Griff. Erstmal klar, er ist älter, redegewandter, er ist fame, er ist deren Vorbild schon ein Leben lang gewesen, sagen die ja zumindest. Und die sind beeindruckt und ja, die wollen das jetzt auch nicht wahrhaben. Ich denke, aber das Verhältnis wird so sein, ich denke, das Verhältnis ist so, wie wenn du eine verheiratet bist und dann hast du eine Geliebte. So wird er mit John und Soleil so umgehen, wie eine Geliebte. Die werden nämlich immer sagen, ja, aber das mit Vertrag, Arnis Abi und der wird sagen, hey, ich werde bald meiner Frau sagen, dass ich mit ihr Schluss mache, du bist mein Einzige, ich will nur mit dir. Ja, aber du hast das schon letzte Woche gesagt, wann machst du mit deiner Frau Schluss? Ich liebe nur dich, ich liebe nur dich. Ungefähr so wird das sein. Animos hat ja, so wie ich weiß, auch gar keinen Vertrag. Kein Vertrag. Ja, aber das mit Verträgen, hey, wir machen das so. Guck mal, mach erstmal ein bisschen Philosophen-Talk gegen Ruth und gegen seinen Bruder, der nervt mich und ich mach weiter auf Twitter, ob ich nicht weiß, wer die sind. Dann, wer sind die? Und du disst die die ganze Zeit. Das ist so, soldier approved. move. Ach, keine Ahnung, Alter. Petra, guck mal. Die sagen, ich hätte jetzt gelogen. Petra, guck mal, das ist nicht gelogen. Das ist so move. Verstehst du? So, Petra, meinst du, ich würde dich anlügen? Du bist Oberstaatsanwältin, plus du bist hübsch. Ich lüge nie eine hübsche Frau an. Guck mal, das mit Dach, mit Anzünden so. Ach, ist das so ein Move. Das war nicht ernst gemeint, das war so flex ein bisschen. Das war doch nicht Stinks. Mit dir, mit dir rede ich nur Real Talk. Vor Gericht sage ich nur die Wahrheit. Vor Gericht sage ich nur die Wahrheit. Die lüge ich an, verstehst du? So wird der reden. Das ist der Talk. Wisst ihr was, Freunde? Ich sage euch einen Real Talk, einen für euer Leben, was ich in meinem Leben festgestellt habe und gelernt habe. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich sage euch mal ehrlich, wenn ihr jemanden kennt in eurem Freundeskreis oder ein Freund, ein vermeintlicher Freund, vor euren Augen, am Telefon oder wen auch immer, vielleicht in Person sogar, in Person, jemand dreist anlügt und das nicht zum Spaß wegen irgendeinem Prank, sondern wirklich einfach lügt und ihr das öfter seht, dass ihr vor euren Augen andere krass anlügt und ihr wisst ja, dass das nicht stimmt, weil ihr gerade, keine Ahnung, ihr seid gerade nicht da, wo ihr behauptet, ihr habt nicht gerade das gemacht, was ihr behauptet, keine Ahnung, dann glaubt bloß nicht und das ist halt der Fehler, in den man immer reinrutscht und das ist, womit Bushido immer durchgekommen ist, leider auch bei der Staatsanwältin, glaubt bloß nicht, aber mit mir macht er das nicht. Schöne Grüße an die Petra, das nennt man Amiga, Petra, Amiga, aber meiner ist ganz anders, ja, wenn einer vor euren Augen andere Leute anlügt, könnt ihr euch tausend Prozent sicher sein, dass er euch auch dauernd anlügt, ja, ich will das einfach für die Petra Leisner nochmal rausholen, aber meiner ist ganz anders, damit ihr das vielleicht, weil jeder von uns lernt, jeder von uns muss lernen, jeder von uns macht Fehler, das ist so ein Syndrom, das ist jetzt nicht, das ist nur ein neuzeitlicher Begriff, das Amiga-Syndrom, Akronym, Akronym für, aber meiner ist ganz anders, das sagen so, es gibt ja so ein Phänomen, wo Frauen sich verlieben in Serienmörder, in Gewaltverbrecher, die im Knast sind, bekommen doch Heiratsanträge und so von Frauen, in diesem Zuge habe ich das gelernt, dass die dann immer denken, die sich, ja, ja, es stimmt, ja, ja, das alles, was ihr sagt, stimmt über andere, aber meiner ist ganz anders, das ist satt, das ist genauso, wie Männer Frauen in Beziehungen schlagen, ja, aber er liebt mich eigentlich, eigentlich, ja, ich meine, klar, er hat mir hier so ein blaues Auge, das ist halt ein psychologisch gesehen bekanntes Phänomen und das ist leider scheiße, dass man aus so einem Ding nicht rauskommt, aus so einem, so einem, Stockholm-Syndrom ist nochmal was anderes, aber von der Dings her ist das, das mag ähnlich sein.